So, zu dem Video, was Sina betrifft. Es ist Fakt, dass das Veterinäramt Kronach im Februar ein vollkommen gesundes, wohlgenährtes, gut gepflegtes Pferd sich geholt hat und vier Wochen später ein vollkommen verwahrlostes, verhungertes, krankes Tier rausgegeben hat. Ob die Leute mir das jetzt glauben wollen oder nicht, ist mir egal, es ist ein Fakt. Der auch schon bewiesen ist, das Video ist nur ein Beweis. Es gibt noch mehr Beweise. Und ich habe damals im März schon gesagt, als ich das Video bekommen habe, dass ich das Video zu gegebener Zeit veröffentlichen werde. Damals habe ich nur ein paar Screenshots rausgeholt, dass man mal einen kleinen Vergleich hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dass das Video reif war zum Veröffentlichen. Es liegt bereits als Beweismittel vor, bei den richtigen Stellen. Lebt einfach damit, dass eure Traumwelt zusammenbricht. Viele Ämter arbeiten nicht sauber, viele Ämter halten sich nicht an die Gesetze. Und es gibt sehr viele Amtstierärzte, die keinerlei Ahnung haben. Das ist allseits bekannt. Es mag auch Veterinärämter geben, wo die Leute top sind, wo sie auch vernünftig arbeiten und alle. Das streite ich nicht ab. Aber hier im Falle von Gronach ist es nicht der Fall. Und wie gesagt, die Beweise häufen sich. Dass hier in meinem Falle massive Rechtsbeugung, massive Behördenwillkür, massiver Amtsmissbrauch vorliegt. Wie die Zusammenhänge sind, kommt auch langsam raus. Aber wie gesagt, es laufen hier rechtliche Sachen. Es gibt ja noch das reale Leben. Es gibt ja nicht nur das Leben in TikTok oder YouTube. Und ich werde nicht alles veröffentlichen. Nur so viel, das Video ist echt und zeigt die Wahrheit. Ein gesundes Pferd wurde von mir geholt und ein verwahrlostes, verhungertes Pferd wurde wieder rausgegeben. Ich habe noch mehr Infos bekommen in der Zwischenzeit. Sina ist in den vier Wochen, die sie beim Veterinäramt Gronach war, durch die Hölle gegangen. Die haben dem Pferd Sachen angetan, also übelste Tierquälerei. Ich sagte, da habe ich die Infos bekommen. Tja, also es wurde noch ein richtiger Krimi. Und wie gesagt, wer mir zur Seite steht, wer mir hilft und alle, das werde ich nicht weiter veröffentlichen. Nur so viel, ich habe da entsprechende Leute an der Hand. Richtige Experten, die sich richtig mit der Materie auskennen. Nicht nur mit Pferden, sondern allgemein mit der Materie. Veterinärämter und hast du nicht gesehen. Also ich habe da richtig was Judit an der Hand. Und es wurde noch richtig lustig. Tja. Mal sehen, wie die Sache ausgeht. Wer weiß, was noch alles zutage kommt. Es könnte interessant werden. Aber wie gesagt, es ist Fakt. Ein gesundes Pferd wurde hier abgeholt. Ein gut gepflegtes, ein gut genährtes. Ich habe mir mal auch alte Videos angeguckt. Sina hat ja sogar die Haferthaler hier gehabt. Habe ich noch nie so großartig drauf geachtet. Nur jetzt mal, warum auch immer, habe ich mal drauf geachtet. Oh, sie hat ja Haferthaler. Und jemand, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, was Haferthaler bedeutet. Und Sina hatte diese Futterthaler, Haferthaler, wie man sie auch nennt. Und was vier Wochen später aus Sina geworden ist, also beim Ampfer, sieht man ja in dem Video. Ob man es wahrhaben will oder nicht, aber es ist Fakt. Und wie gesagt, das Video liegt als Beweismittel vor, an den richtigen Stellen und noch anderes. Und wie gesagt, ich habe das Video nicht veröffentlicht hier für die Jäter oder dass mir die Leute eventuell zu Füßen liegen, sondern es gibt einen Grund, warum ich das Video veröffentlicht habe. Ausgerechnet jetzt. Der aber mit TikTok nichts zu tun hat, der auch nichts mit irgendwelchen Zahlen zu tun hat. Es gibt Gründe, warum ich das Video jetzt veröffentlicht habe. Und ich habe es im März angekündigt, dass ich es zur gegebenen Zeit tue. Und die ist jetzt gekommen und fertig ist. Ihr wisst nicht, was im Hintergrund läuft. Ihr wisst nicht, was ich an Informationen habe. Ihr wisst gar nichts. Also haltet euch da auch irgendwo raus und kommt nicht mit irgendwelchen Spekulationen. Von wegen hier aus Nadelbäume, Laubbäume machen und so weiter. Also von daher. So, soviel, wie gesagt, zu diesem Video. Es gab eine Grundformel, die veröffentlicht wurde. Weil vielleicht kann das Veterinäramt ja mal erklären, wie es passieren kann, dass unter Aufsicht das Veterinäramt das ein Pferd so dermaßen verwahrlosen kann. Wäre mal interessant, die Erklärung. Wie gesagt, es gibt nicht nur das Video als Beweis. Es gibt noch mehr Beweise. Aber ich bin nicht verpflichtet, euch die hier alle vorzulegen. Die sind schon an der richtigen Stelle als Beweise gesammelt. Könnt ihr euch sicher sein. Und nun macht weiter.